Ich kann ja irgendwann mal zurückkommen. So, jetzt will ich mich mal kurz hier umschauen. Oh, hier wurde gerade was gesagt. Ah, und Wunden verringern die maximal HP. Du siehst einen sehr schönen Wandabschnitt. Es hängt ein Seil hinab, das kürzlich jemand zum Klettern verwendet hat. Sorry, can't. Da kann ich also nicht hoch. So, was wollt ihr mit ihm hier anstellen? Der Gefangene stammt von Tarkis-Clan. Dann ist er kein gewöhnlicher Eidbrecher, sondern ein Iran-Führer. Aroha signalisiert den Männern, indem sie ihre Hand quer über ihren Hals zieht. Keine Gnade für Rebellenstifter. Sucht euch einen hohen Pfosten und knüpft ihn auf. Wenn er nicht durch seine Wunden stirbt, dann durch Durst, Hunger und Infektion. Alle müssen die Chance erhalten, den Dienst des Schalehohen Kurs, Absolution zu finden. Die Magierin deutet mit einem Finger auf den geschmähten Offizier. Und du weißt ganz genau, dass dies bei uns schon immer so gewesen ist. Er hat die Chance, als Sklavosodat zu dienen. Erst dann verfüttern wir ihn an die Schweine. Dieser Unsinn ermüdet mich. Immer wieder rekrutierst du diese Eidbrecher, dann schaffst du es nicht, für Ordnung zu sorgen. Dann desertieren sie und wir müssen sie wieder vor Neumut bekämpfen. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer dieser Süd-Hallunken zurückkehrt, um uns heimzusuchen. Wir wollen doch mal hören, was der Schicksalsbitter zu sagen hat. Die Burkhantorin wendet sich dir breit grinsend zu. Meine Mitschüler in der Blutkantologie berichten mir, dass du unsere Forderung nach den Schriftformen der Wiederinnungssitadelle auf das Stärkste unterstützt hast. Du verstehst sicherlich, dass der Schalachrote Chor klug genug ist, keinerlei Vorteile zu verschwenden, die man über den Feind erlangen kann. Richte den Erdbrecher hin, eine Chance der Kapitulation ist genug. Ja, weil das ist der Typ, dem ich schon die Chance gegeben habe zu kapitulieren. Und er wollte nicht. Du hast Zorn beim Schalachroten Chor hinzugewonnen. Du hast Gunst bei den Geächteten. Mit Freuden. Dieser hier wird für Draustus und all meine anderen Brüder und Schwestern bezahlen, die in Ventrinsbrunnen gestorben sind. Aurora nickt deinem Krieger in der Nähe zu. Du hast den Schicksalsbinder gehört. Töte ihn, um an ihm ein Exempel zu statuieren. Fälle deinen Pfosten und knüpft ihn aus. Aurora nickt dir ernst zu. Bis zum nächsten Mal, Schicksalsbinder. Ich weiß, was du im Tal Wichtiges zu tun hast. Mach keinen Sinn, dich weiter aufzuhalten. Sie da dotiert dir stramm zum Ruhme von Kyraus. Ja. Brauchst du etwas? Wie ist die Lage hier in Ventrinsbrunnen? Die Einbrecher hatten die Zigeradelle im Herz des Tals, die um die Basis des Turms herum gebaut wurde. Aurora deutet nach Osten auf dem weit entfernten Turm. Der Matani hat uns während der Belagerung die größten Kopfschmerzen bereitet. Bis auf einige Schlüsselstellen können ihn gepanzerte Truppen nicht durchqueren. Und diese Schlüsselstellen sind auch dem Feind bekannt. Ich weiß, dass wir schon viel weiter wären, wenn der Schalehutekor seine angebliche zahlenmäßige Stärke zur Überquerung des Flusses und zur Überwendigung des Feindes eingesetzt hätte. Aurora schaut Lyra missbedingend an. Nach dem Stand der Dinge müssen wir das Tal langsam erobern und das Bäumwerk der Geschmähtung vorantreiben. Denn dort wird die eigentliche Arbeit getan. Wenn man nur zahlenmäßige Stärke braucht, um einen Fluss im Pfeilhagel zu durchqueren, würden die Geschmähten etwas schneller handeln, hätten wir es vielleicht mit einer schlechter vorbereiteten Ventrinswache zu tun. Aurora hat recht, der lange Vormarsch wird letztendlich den Sieg bringen. Wenn einer von euch recht hätte, wäre der Fertzug vorbei und ich wäre nicht hier. Lyra hat nicht ganz unrecht, hier magelt es schon etwas an Zusammenarbeit. Ein kluger Vormarsch ist, glaube ich, meistens besser, als mitten rein zu stürmen. Kurz bei Geschmähten hinzugefahren, du hast furchtbar Lyra hinzugefahren. Zweifels ohne, mit Geduld und Entschlossenheit werden wir diese Stufenfolge in Ketten legen. Wie lange bist du schon bei den Geschmähten? Sieben Jahre, sie hält inne, um es an ihren Fingern abzuziehen. Zwei Jahreszeiten und vielleicht noch ein paar Tage. Vor der Eroberung habe ich in Fortaufklärung meine Grundausbildung erhalten. Im Vergleich zu den Kommandanten hier im Lager oder der ehrenden Esse machte mich das Wohl zu einer Nachwuchskämpferin. Dies war ein langer mörderischer Feldzug, aber jetzt ist das Ende in Sicht. Schon bald werden wir die Eidbrecher wieder unter Kontrolle haben. Dann können wir uns ausruhen, unsere Ausbildung fortsetzen und vielleicht unsere Familien wiedersehen. Was kannst du mir über diese Wache sagen? Die Vendrien-Wache. Sie sind der letzte Atemzug der jüngeren Königreiche. Unter ihnen sind Krieger, die der Belagerung der Bastardsstadt entfliehen konnten, ein Gefahr geflogener aus anderen Schlachten und ein Haufen Vendrien-Einheimischer mit Wahnvorstellungen über Unabhängigkeit. Diese Nichtnutzen aus dem Silben haben weder unserem Eisen noch der Mannesstärke des Chors etwas entgegenzusetzen. Was um alles in Terratus hat ihnen den Mut verliehen, sich zu entheben und eine weitere Schlacht zu fordern. Hast du während des Krieges irgendwas Interessantes gesehen? Einmal sah ich, wie ein Handwerker der Eisengebundenen sich bei der Arbeit unabsichtlich selbst in Brand steckte. Das war kein schöner Tag, um ehrlich zu sein, nur der erste von vielen. Ich hörte von dem Edikt, dass du bei der brennenden Bibliothek verkündet hast, aber ich war zum Glück nicht dort. Ein Feuer war schon genug für mich. Weitermachen. Wünsche eine angenehme Belagerung, Schicksalsbinder. Wir singen die Hymne der Schmerzen. Gut, okay. Das singt mal schön. Mein Bann-Chef ist eine feige Sau. Meine Verdauung verträgt noch einen... Verträgt nicht noch einen Monat Belagerung. Glaubst du, der Oberherr beobachtet uns von seinem Thronsaal aus? Ich würde mal sagen, Kyros ist überall. Tja, hallo, Tarkis. Du, Tarkis-Demons, hängt an einem Fahnen, rummelt durch den Mund, voll gedronnem Blut. Töte mich, ich flehe dich an. Du hast genug gewillt, ich erfülle deine Bitte. Du treibst ihm deine Waffe ins Herz und beendest dein Leben mit einem schnellen Stoß. Wer einmal eine Warnung ignoriert, hat eben Pech. So, sein Geld braucht er nicht mehr. Ich habe ihm ja die Chance gegeben, bevor er gegen mich gekämpft hat und Lyra umgehauen hat. Und auch hier kann ich nicht hinaufklettern. Gehen wir mal kurz ins Tagebuch. Welcher Ort bin ich gerade? L-Ring-Ruinen. So, L-Ring-Ruinen. Zwei Seile. 30 plus Athletik. So. Dass ich das nicht vergesse. Hat er es genommen. Dafür finde ich das Notizbuch immer gut. So was zu haben. So, dann geht es jetzt ins Lager der Geschmähten. Lager der Geschmähten. Dieses Fort wurde kurz nachdem die Ribänen entlang des westlichen Rands des Teils besiegt worden gebaut. Der Archon Craven Ash regelt von diesem Ort aus alle Bemühungen der Geschmähten. So, dann reißen wir mal da hin. So, dann werfen wir jetzt mal kurz. Ah ja, wir kommen in den Ruinen. Wille zu erobern. Ich würde aber gerne noch mal in die Reputation gucken. Du hast einen Leutnant der Vendri in Wache getötet. Jo. Die Geschmähten waren von deiner Grausamkeit enttäuscht. Ach so, weil ich gesagt habe, dass sie nicht lesen können. Die Geschmähten erfreuen sich. Spähe der Geschmähten. Ja, streitlos, die chaotische Neigung, aber ich bleibe eher bei ordentliches, ehrenvolles Verhalten. Graven Ash. Ja, Graven Ash kriegt halt durch meine geschmähten Sachen. Und der Ratstimm. Zorn. Nimm dir, was du tragen kannst, aber lass den Wagen stehen. Anderenfalls schnappen wir uns, dich und deine. Mach mal ein bisschen langsamer. Ich weiß, dass wir beide jetzt gar kaum erwarten können, denn ich konnte uns so sehen, wie sie sich wie zwei Eltern übertakten. Ich muss dich streiten, aber ich muss dich zuerst um etwas bitten. Worum geht's? Der Ratstimm sagte mir, dass du als Vermittler gekommen bist. Angesichts der Quelle. Naja, ich werde das Gefühl nicht nur die halbe Wahl zu hören. Also, um raus mit der Sprache. Was ist so besonders an dir? Was hat dir Neratstimm sonst noch gesagt? Nur, dass ich dich in den Ellering-Ruinen finden werde. Ehrlich gesagt, ich hätte dich auch in dem... Ich hätte dich auch in einem Getümmel sofort erkannt. Du bist der Einzige von uns, der in den letzten paar Monaten nicht im Stinken eine Matani gebadet hat. Die Nacht zwar, aber es klingt etwas gezwungen. Warum so Misstrauisch? Es ist einfach nur so ein Gefühl, das ich habe. Wenn die Archonen zusammen sind, ist die Luft so angespannt wie eine Bogensehne. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube nicht, dass sie durch irgendeinen Kompromiss zu einer gemeinsamen Lösung kommen werden. Warum hast du überhaupt einen Vermittler von Thun und Gericht einladen? Das passt einfach nicht. Warum glaubst du, die Archonen würden miteinander hadern? Ich bin schon seit der Anfangszeit der Oberung beim Schalach-Roten Chor. Deshalb weiß ich, dass sich das schon seit ein paar Jahren aufgeschaukelt hat. Diese beiden haben eine Energie wie zwei Stürme auf Kollisionskurs. Ich hörte jemanden sagen, dass zwischen Graven Ash und Nerats Stimmen im Nordreich einiges böses Blut geherrscht hatte. Aber ich kenne keine Einzelheiten. Das ist absurd. Wenn die Archonen nicht die Vergangenheit hinter sich lassen können, sind sie als Anführer ungeeignet. Greift meine Autorität, werde ich die Archonen fügen. Das ist absurd. Wir gehen aber schnell in die Luft, was? Ich sage ja nicht, dass ich anderer Meinung wäre, aber an deiner Stelle würde ich aufpassen, wo und wem ich meine Meinung sage. Jemand ist immer begierig, seinem Lieblingsarchonten übne Nachrede zu berichten. Diese Mächtigen vergeben nicht so schnell. Ich bin Schicksalsbinder. Ich unterstehe... Ach, wie heißt er jetzt nochmal? Tunon, persönlich. Und die Archonten unterstehen auch Tunon. Und ich bin Tunons Wort. Die haben hier... nichts zu bestimmen. Ich bin hier, um ein Edikt von Kyros zu überbringen. Das ergibt auf verrückte Weise sogar Sinn. Wenn man dir denkt, wie lange die Belagerung die Arminen strapaziert hat, kann ich verstehen, warum dich Kyros mit deinem Edikt losschickt. Um das alle mal ein bisschen zu beschleunigen. Hast du es gelesen? Weißt du, was drin steht? Ja. Kyros mächtigste Magie ist die des Edikts. Gebote, die über ganze Regierung verkündet werden und Menschen wie naturgleichermaßen kontrollieren und zerstören können. Wenn ein Edikt verkündet wurde, kann es Feuer regnen lassen, Feldrüchte verdorren, Städte demoralisieren, eine endlose Nacht heraufbeschwören oder ähnliches wahrscheinlich. Die Archonten müssen die Himmelfahrtshalle bis Kyros taktisch wird erobern, sonst werden alle sterben. Noch ein Punkt mehr, über den sich die Archonten streiten können. Na, danke, dass du mich eingeweiht hast. Ja, einfach, wenn ich mich ducken muss, sollte Kyros einen Blitz in unsere Richtung schicken. Genug hiervon, ich muss mich mit den Archonten treffen. Hey, lass dich von mir nicht aufhalten, egal wozu du hier bist. Sicherlich ist es wichtig genug, dass ich dir nicht im Weg stehe sollte. Das Kriegszeit liegt direkt in der Lagermitte vorbei. Oh, eins noch, pass mit diesen Geschmähten auf. Sie nehmen ihre Arbeit ernst und die meisten von ihnen haben zu oft eins gegen den Schädel bekommen. Ja, ich habe eine Reputation, eine Furchtfähigkeit bei ihr freigeschalten. Jo. Ja, es... Streitlustige, chaotische Neigung, wahrscheinlich, weil ich zweimal ehrlich zu ihr war. Zorn der Wüterin. Ja, das können wir irgendwann mal lesen. Ich mache jetzt hier jedenfalls mal wieder einen Cut, indem ich speichere. LP001, mal zur Abwechslung. Speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.